Also, es hieß ja, der Große hätte Reude. Ja, das stimmt auch. Und da ich keine Tabletten hatte, konnte ich ihm keine Tabletten geben. Aber jetzt habe ich ja wieder Tabletten. Und dann kam die Bäuerin vorgestern und erzählte uns irgendwas, dass sie den Hund eingeschmiert hätten. Keine Ahnung, irgendein Hausmittelchen. So, der Hund ist ganz schwarz. Ich weiß auch nicht, ob die den mit Kohle eingeschmiert haben. Ganz eigenartig. Ja, Opi, du kriegst gleich was. Der ist ganz schwarz, womit die den eingeschmiert haben.